Ich freue mich euch zur TechNews für diese Woche begrüßen zu dürfen und somit zur Ausgabe 44 2021. In der heutigen TechNews habe ich folgende Schlagzeilen für euch. LG bringt 2022 zwei neue OLED-Monitore, erste Infos zu Samsung QLED TVs 2022 und erleidet die Nintendo Switch OLED einen frühzeitigen Burn-In. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr mich oder meinen Kanal unterstützen wollt und euch das Format TechNews gefällt, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt einen kleinen oder großen Kommentar. Das hilft dem YouTube-Eurhythmus und somit auch meinem Kanal. Ich danke euch auf jeden Fall für eure Unterstützung und wünsche euch nun viel Spaß mit diesem Video. Der Hersteller LG hat für das Jahr 2022 zwei neue OLED-Monitore angekündigt. Die Rede ist von den 32BP95E und den 27BP95E. Dabei handelt es sich um einen 31,5 und einen 27-Zoll-Monitor der hauseigenen Ultra Fine-Serie. Die Monitore sollen eine Ultra-HD-Auflösung bieten und mit dem Display HDR 400 True Color daherkommen. Auch sollen die Monitore die Farbräume DCI-P3 und Adobe RGB mit bis zu 99% abdecken und eine Hardware-Kalibierung soll auch mit an Bord sein. Anschlussseitig wird es zweimal Display-Port und einmal HDMI geben sowie USB-C und 3 USB 3.2 Type-A. Die Monitore sollen wohl ab Januar 2022 verfügbar sein und dies für einen Einstiegspreis ab 3.000 Euro. Am vergangenen Wochenende musste Microsoft bei einem großen Halo-Turnier auf Dev-Kids der Xbox Series X zurückgreifen, um genügend Hardware am Start zu haben. Zwischen den 17. und dem 19. Dezember 2021 hat die Championship Series von Halo Infinite stattgefunden, nur da die Xbox Series X aufgrund der bekannten Lieferproblematik so gut wie gar nichts zur Verfügung stand, war Microsoft gezwungen, auf Dev-Kids der Konsole zurückzugreifen, um die eSportler mit Hardware zu versorgen. Eine Entspannung der Konsolenknappheit wird wohl auch 2022 nicht zu erwarten sein, eher für 2023. Dass die Nintendo Switch OLED an sich ein feines Stück Hardware ist und mich durchaus überzeugt hat, sollte kein Geheimnis mehr sein. Nur, wie sieht es mit einem Burn-In-Effekt aus? Diese Frage hat sich der YouTuber Bob Wolf gestellt und hat die Switch OLED 1.800 Stunden am Stück mit einem statischen Bildinhalt gequält. Dabei hat er die automatische Helligkeitsregelung sowie den Bildschirmschoner deaktiviert. Er konnte nach 1.800 Stunden keinen nennenswerten Burn-In-Effekt feststellen. Gut, hier muss ich aber persönlich noch nachreichen, dass 1.800 Stunden nicht unbedingt repräsentativ sind und kleinere OLED-Pixel seltener einen optischen Burn-In-Effekt aufzeigen. Aber, dennoch ein tolles Experiment und gibt ein wenig Entwarnung. Nun sind auf Seiten Samsungs erste Infos zu den kommenden QLED-TVs für das Jahr 2022 aufgetaucht. Die Infos sollen wohl über eine koreanische Behörde geleakt worden sein. So wurde dort der Kaku 75QB70A und Kaku 65QB70A geleakt, ein 75 und 65 Zoll Modell. So soll es den Anschein machen, dass Samsung sich nächstes Jahr mehr auf die HDMI 2.1 Schnittstelle mit 40 bzw. 48 Gigabit pro Sekunde konzentrieren möchte, um Konsolen und PC-Spieler mehr anzusprechen. Auch soll ein Umdecken stattfinden, dass Samsung sich wohl mit Dolby Vision auseinandergesetzt hat. Dies könnte sehr interessant werden, handfeste Infos werden wir wohl zur CES 2022 im Januar erfahren und somit natürlich auch hier im TechNews Format. Ja und damit war dies die TechNews für diese Woche und somit auch die letzte Ausgabe 2021. Das TechNews Format wünscht euch nun eine schöne Weihnachtszeit, einen guten Rutsch ins Jahr 2022 und meldet sich regulär am 12.01.2022 gesund und munter zurück. Ich hoffe euch hat dieses Video wieder gefallen, falls ja dann lasst gerne ein kostenloses Abo da, denn so verpasst ihr keine weitere TechNews Ausgabe mehr. Ansonsten wünsche ich euch jetzt eine schöne und besinnliche Zeit und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!